Moin Moin aus Wilhelmshaven. Der Herbst kommt in großen Schritten. Es ist nicht mehr so warm. Die Sonne fehlt heute. Aber die Drachenpfleger sind auf der Wiese in Schillich und haben Spaß. Und ich lege mich da gleich zu. Es füllt sich so langsam. Und mein Pirat ist auch schon da oben. Und jetzt packe ich meine Matte aus. Jetzt aber schnell, sonst geht der Drachen gleich ohne mich hoch. Zack, da ist er. Also ich finde, dass meine 30 Meter Leinen einfach zu lang sind. Krasser Wind, ey. Krasser Wind, ey. Krasser Wind, ey. Das waren glaube ich sechs. Ja, aber die Flamme geht mal gut ab heute. Und da es hier so eisig kalt ist, habe ich Handschuhe an. Aber nicht nur deswegen. So, tatsächlich habe ich den Piraten gerade im Laufen wieder nach oben gebracht. Das geht alles. Mann ist das voll hier, ey. Okay. Bleibst du voll oben? So, reicht für heute mit der Matte. Ah, der Wind ist aber gerade wieder so gut. Zack. Ja, jetzt kommt gerade wieder richtig Wind, ey. Mann. Mann 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 Mann. Eie, er packt doch mal gerade. Oben im Himmel kann ja jeder. So. Jetzt lässt er unten aber der Wind mal nach. Ja, 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 geh runter. Da, wo meine Tasche ist, sollst du hin. Patsch. Zack, oben ist er. Zack, oben ist er. Okay. So. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, die Bänder zu kürzen. Die zieht, ey. Die zieht dich hier fast vom Strand. Das ist so krass, wenn der Wind hier unten nachlässt. Also stark ist er, aber ich kann halt nicht so schnell Loopings ziehen. Generell nicht so toll. So lange Arme habe ich auch gar nicht. Bleib schön da oben. Ich glaube, heute sieht man so ein bisschen die Konturen der Fledermaus. Er spart den Sport zu Hause. Also noch. Das ist noch. Das ist noch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020